willkommen zu einem neuen mokoko guide video und diesmal sind wir in dem chaos dungeon nester corgo zu finden auf dem kontinent nordvern im vernesischer wald hier oben quasi neben den reporter und diese mokoko samen gibt es fast nur in secrets also ihr habt immer wenn ihr unten reinkommt hier die mokoko samen die ihr einsammeln könnt und beachtet bitte ihr könnt immer nur in eine richtung hüpfen das heißt wenn ihr diese hier vergessen habt und seit hier drüber gehüpft könnt ihr nicht mehr zurück hier nicht verwundern geht einfach hier normal ganz normal hoch und dann habt ihr hier das secret ich glaube ihr müsst ja auch alle besiegen die hier im umfeld sind ist aber vor allem dann schon glaube ich eh vorgesehen und dann könnt ihr hier wo die maus aktuell ist in ein secret reingehen und könnt euch die drei mokoko samen hier sichern dann geht ihr ganz normal den dungeon durch springt hier rüber und habt dann hier wo sich aktuell die maus befindet das zweite secret da könnt ihr auch ebenfalls alle gegner besiegen die euch in den weg kommen und dann könnt ihr hier auch quasi in dieses secret rein ebenfalls zwei mokoko samen in dem secret dann diese hier nicht vergessen und ganz wichtig diese hier bei der müsst ihr ein bisschen aufpassen denn mir ist es einmal passiert ich wollte die einsammeln und bin quasi rüber gehüpft passt da ein bisschen auf geht einfach auf die mokoko samen klickt die mokoko samen an und sammelt sie ein bevor ihr aus versehen drüber springt und das ganze nochmal machen müsst das war es von diesem guide vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs mitmachen falls es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da ansonsten sehen wir uns im nächsten guide video haut rein ciao ciao